Ja Freunde, ja Freunde, wir gucken uns hier ein Auto an. Genau, wir wollen uns hier mal ein Setze kaufen. Klar, auf den Bildern geiler, geiler, geiler. Aber so hat er schon richtig ihr Kantsporn, Freunde. Muss sein, ne? Das Auto ist auch schon 25 Jahre alt. Wie alt ist das Auto? Aber komm Digga, auf den Bildern sah er geil aus. Ich hab den auf den Bildern... Furkan, komm Digga, Wahrheit, auf den Bildern sah er geil aus. Er braucht Arbeit Digga, er braucht Arbeit, oder nicht? Wir sind in der Türkei drin. Freunde, 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 dranbleiben, dranbleiben. Wir sind zwei, drei, vier Wochen hier. Es kommt Content auf euch zu. Content, Content, Content. Dranbleiben. Abonnieren, Like nicht vergessen. Instagram täglich, voll viele Storys, Freunde. Täglich. Und ab und so bin ich auf TikTok gleich. Wer Bock drauf hat, kann auch gerne mal rübergucken. Freunde, abonnieren, Like nicht vergessen. Küsst eure Herzen. Es wird richtig geil. Tschüss. Tschüss. Schöne Grüße aus der Türkei. Freunde, das ist der Onkel von Furkan. Und er erzählt mir gerade, er hat noch 76er Haji Murat gehabt. Er sagt, aus der Serie von Kutbad Wadis. Von Muro das Auto hat er gehabt. Ich sag, Alter, ich hab von Cetto das Auto. Er hat Muros, ich hab Cettos. Yo, 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 Alter Schwede, komm ich mal bis zum Unfall, Digga. Wallah, ey. Ja. Lass ihn mal gucken, lass ihn mal gucken. Lass ihn mal gucken. Schatz, aber okay. Er ist tiefer gelegt, aber ich glaube, das ist Plastik, das geht halt. Blaue Nebelichter. Jetzt kommt hier Muris Probefahrt, Alter. Keine Ahnung, Digga. Wollen wir mal gucken. Er ist aber tief hier, ne? Alter Schwede. Muri, die Katze ist tief. Er ist tief. Ulan, die Auto ist tief. Tüsch, Alter. Ulan, die Auto ist voll an die Kare. Ulan, Mert. Amassneler ist großartig. Muri, Alter, die Kare ist so tief. Ich bin bitt. Kein, ich bin ½ kelin. Nämlich, du bist du hast du da schaust? Nein, du bist du. Hörst du mit? Nein, du bist du. Ja, Mert, du bist du. Waren nicht bösen? Ja, ich bin bin. Ja, Mert, du. Naja, du bist du. Du bist du bist. Ich habe es gefühlt, dass dein Wagen viel, viel besser führte. Ich fahre ihn einmal. Der ist total lahm. Wollah. Ich bin in Marawi. Ich bin in Marawi. Ich bin in Marawi. Der Experte hat direkt absaufen gelassen. Keine Power, ja. Ja, hat Muri auch gesagt. Ja, ja. Muri sagt, das Ding kommt nicht mehr bergab. Er kriegt keinen Gas. Ja, nicht mehr bergab, woher. Komm ich hier hoch, oder? Nee, der hat keinen Dings, ja. Hoch, ne? Aber Muri meint sogar, bergab ging der nicht. Der hat keine Power, ne? Aber er ist ja unseren gefahren. Ja, nee, ich glaube, der wird nicht wenig leise. Der Motor läuft gut, muss ich sagen. Ja. Aber unser ist geiler. Wir müssen vielleicht tanken, auch Benzin fahren, ja? Ja, aber das hört ja immer auf, Dings. Ja. Also, Dings, Hauptkampszylinder? Hat er neu gemacht, hat er eben erzählt? Ja, aber der Experte sagt auch, dass das Auto, aber Muri hat es ja auch direkt gemerkt, dass das Auto einfach nicht wirklich zieht, ne? Wank, 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 wank. Ihr hört seine Nebengeräusche? Ja, er braucht ein bisschen Leistung, das geht nicht, ey. Nee. Vor allen Dingen, wie sollen wir 200 Kilometer so fahren? Kann man ja nicht. Ja, ja. Also, ich weiß auch nicht, wo er hier 120 Kilometer gefahren ist. Äh, 120 kmh, du kannst ja nicht mal 50, 60 fahren, oder nicht? Eigentlich müssen wir einmal auf die Autobahn, ja? Ja. Eigentlich müssen wir einmal auf die Autobahn, ja? Ja. Ja. Aber wir müssen einmal auf die Autobahn, definitiv. Ja. Ja, ja. Aber so können wir ja schlecht nach Hause fahren. Nein, nein. Nein, nein. So fahren wir nicht nach Hause. Ja, aber... Ja, ja. Wir müssen jetzt mal versuchen, den einzuschstellen zu lassen. Also, ihr kennt den extra von Mehmet, den Holzstock hier. Den hat er nicht. Tada! Die wollen einmal vor der Kamera Hallo sagen. Choki sei? Yes. Yes. Adine? Äh, Pasha. 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 Oh, er heißt Pasha? Ja, er heißt Pasha. Ob er wirklich Pasha heißt? Ist so eine andere Frage. So, ja, Leistung ist noch nicht hier an der Karre. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die Karre mal testen können. Oder nicht? Sieht schon besser aus. Auf jeden Fall. Sieht schon... Optik sieht schon ein bisschen besser aus. Es kann vielleicht ja, also... Aber Farbe gefällt mir jetzt auch nicht so sehr, oder? Ne, also lackieren sollte man nicht schon... Ne, Farbe ist auch nicht so meins, oder? Ja, das stimmt. So Freunde, jetzt haben die mal ein anderes auch hier mitgebracht, hä? Ja, dann haben die mal ein anderes auch hier mitgebracht, hä? Ja, dann haben die mal ein anderes mitgebracht, hä? Ja, dann haben die mal ein anderes mitgebracht, hä? Hä? Ja, dann haben die mal ein anderes mitgebracht, hä? Ja, dann haben die mal ein anderes mitgebracht, hä? Ja, dann haben die mal ein anderes mitgebracht, hä? Ja? Ja, Alter, der sieht auch viel, viel besser aus, muss man jetzt sagen. Freunde, muss man jetzt sagen, er sieht wirklich schön aus. Also ich hab ne Summe schon gehört, ne, so? Ja, aber... Wollah, neu war. Besser als meiner, ne? Fahr den mal. Ich weiß. Der fährt ganz anders, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade so mit zweiten Gang weiterfährst, ne? Ja. Der zieht locker durch. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Voller nicht. So, Freunde. Ja, äh, 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 besser zugesagt als es ist. Ist leider so, aber bisschen schrottig. Er nimmt schlecht Gas an. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt gucken. Wir haben ein schönes Auto entdeckt. Der sieht ja mal richtig sauber aus. Der sieht original aus. Der würde sogar bei uns Haar bekommen. Der würde bei uns sogar Haar bekommen, ja? Der Muri wollte ein schönes Auto. Ja, schade. Der hat auch kein Rost von einem nicht. Deswegen sag ich ja. Der würde bei uns locker Haar bekommen. Schönes Auto. Schönes Auto. Das ist 300 aus der CE. Ja, der hat alles 300. SE. SE, schon. SE. Komm. Ja, okay. Nein, wir kaufen den nicht, Muri. Also die Türken sind ja sowieso... Ab und Downs. Ich bin da. Deine Kleine kommt nicht klar. Ganzer Kitz ist verliebt. 50 Cent. cé. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich mach' keine Ärzte, doch trin' Jack and Dr. Pepper. Ich bin sicher schnell, doch ich liebe ihre Schwester. Alles, was ich tue, mach' ich für die Jungs zu froh. Und dann fühl' ich dich, mein Anilaben, Baby, Baby. Ui, was war denn mit deinem Sitz? Trügel-Schwein, warst du das? Ey, wir fahren hier einen Anschnitt, er sagt, ich brenne, ich brenne. Trügel, warst du das, du Schwein? Er fährt hier seit drei Stunden Stufe, drei Sitzheizungen. Und das war 30 Grad. Oder er sagte immer, ich brenne, ich brenne. Was will er von mir, Digga, ich brenne? Oh Mann, ey, ehrlich. Er spinnt doch, Alter. Tui, du Schwein, warst du das? Das war Tui. Das ist doch gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber wir werden was loswerden, Alter. Jetzt machen wir mit, was weiß ich. Wer hat meinen gemacht? Das war jetzt Muri. Das war jetzt Muri. Aber... Ich kann dir mal überlegen, Alter. Ich saß die ganze Zeit hier so. Aber Männer hat uns direkt gemerkt. Ja, Mann, ich bin doch nicht blöd. Ich kann nicht mehr. Aber ich sag noch so, ey, Massagebremse. Warst du das? Ja, Mann. Nein, ey. Aber soll ich dir mal sagen, seit wann schon? Was sind Muri von mir die ganze Zeit? Soll ich dir mal sagen, seit wann schon? Seitdem wir losgefahren sind. Aber ich hab's dann selber vergessen. Ach du Scheiße. Ich hab's selber vergessen, dass ich das angemacht habe. Mein Rücken war Pitschnass. Er macht Fenster auf und lehnt sie nach vorne. Ich sag, ich lehnt sie nach vorne. Er sagt, ohne wie ich schwitze. Ey, Tui, danke schön. Ey, Tui, danke schön. Ja, aber ich hab's wirklich jetzt erst dran gedacht. Warum hast du da wann gemacht? Als sie losgefahren sind. Ach du Scheiße. Auf Asana. Ist dein Ernst, ne? Ja, und ich hab das wirklich, wirklich vergessen. Mach mal Pitschnass, Mann. Soll hat das hart, Digga. Sorry. Er sagt, mach mal Fenster auf. Ich lehne mich nach vorne. Mach mal Pitschnass. Aber das Geiste ist, Schatz. Aber auf drei. Wir müssen doch morgen um die Klima abdürfen. Ey, er sagt keine Pitschnass da vorne, aber Fenster runter. Boah, das ist schon eine Art auf drei bei der Hitze. Oh Mann, ey. Aber ja, ich auch. Hier, ich sollte es sehen. Hey. Auch schönes Auge, ne? Ah, der sieht eigentlich recht gut aus, oder Schatz? Der ist einer der ersten Modelle, aber sieht schön aus, ne? Aber güzel Typ war. Mehr. Saftere Typ war, ne? Ich habe die Auge komplett. Ja, genau. Wem gehört der jetzt? Ja, auch mehr. Ach so. Der wurde mal komplett, ist ausgebrannt. Ja. Dann haben die wieder neu aufgebaut. Aber die haben den sehr oft. Ja. Wie kriegt man den komplett wieder aufgebaut, wenn er verbrannt ist? Frag ich mich. Ja, komplett. Das sind Sitzbezüge. Aber das haben die hier komplett neu beledern lassen. Das ist ja Plastik, das ist beledert. Auch gut. Ja. Aber die haben das hier komplett beledert. Siehst du, das ist das Plastik. Ja. 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 Murat sag ich schon. Muri hat jetzt seine Probefahrt beendet. Der läuft auf Benzin und auf Gas. Mal gucken, ob der den kauft. Ob wir den Linesweg morgen mit Muri nach Adana gehen oder nicht. Ja. Muri guckt ihn noch zu sauren. Er kann dann sehen, ob was passiert. Aber den feiere ich auch. 131, das erste Modell. Schön eckig, schön kantig, oder nicht? Schöne sauren. So. Gleich kommt Muri und die Entscheidung fällt bei Muri. Was sagt Muri dazu, oder? Das wissen wir alle nicht. Die Entscheidung liegt bei ihm? Das liegt an ihm. Aber Auro ist heute mal besser geworden. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser. Vor und vor er gar nicht. Ja. Es ist viel, viel besser geworden mit dem Auro, muss man sagen. Jetzt, ne? Wollägen. Ja, das stimmt. GpwStat, oder? GpwStat, oder? Jetzt kommt er sicher. Hier bleibt. Hier ist es normal. Hier gibt es elektrik in diesem Auto. Elektrik ist. Hier ist es. Ebbex, ABS, AS, R. Wollägen. 1000 kappen sind die jours. Aber, die zu Robotisch. Aber du hast du hier gemacht? Wie ist es? Wie ist es? Wollägen. Also, wir arbeiten.